Hast du keine Lust auf das Fahrtenbuch und auch keine Lust auf die 1%-Methode? Willst du dein Auto aber trotzdem ein Betriebsvermögen haben? Das geht unter bestimmten Voraussetzungen. Wie das genau geht, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und grundsätzlich funktionieren Firmenwagen ja folgendermaßen. Du entscheidest dich, ein Auto als Betriebswagen, als Firmenwagen anzuschaffen und dann laufen alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auto sind, erst einmal durch die Buchhaltung als Betriebsausgabe. Also die Anschaffung, das Tanken, die Reparaturen, die Steuern, die Versicherung, einfach alles wandert erst einmal in die Buchhaltung. Dann kann es aber trotzdem sein, dass du dieses Auto auch irgendwie privat benutzt. Das wird dann so gemacht, dass du den privaten Nutzungsanteil ermittelst und diesen Nutzungsanteil, also den Wert, den rechnest du auf deinen Umsatz drauf, also so eine Art wie so ein Fake-Umsatz, so einen Scheinumsatz, den buchst du in deine Buchhaltung ein. Und darauf musst du dann Umsatzsteuer und Einkommensteuer zahlen. Die große Frage ist hier natürlich, wie rechnest du das eigentlich aus, also wie rechnest du aus, wie groß der private Nutzungsanteil ist? Da gibt es einmal eine korrekte Methode, das ist das Fahrtenbuch. Du schreibst einfach jede Fahrt auf, jeden Kilometer und kannst dann sagen, naja, diese Fahrten waren betrieblich und diese privat. Und damit hast du einen exakten Prozentsatz der Nutzung und dann musst du halt die Kosten nehmen, davon die privaten Nutzungsanteile rechnen und das ist dann der Umsatz, den du extra versteuern musst. Wenn dir das zu viel Arbeit ist, dann hast du auch eine Vereinfachungsmethode. Da hat der Gesetzgeber gesagt, naja, dann nimm einfach 1% des Bruttolistenpreises des Autos und das versteuerst du jeden Monat. Ist nicht so korrekt, aber halt sehr, sehr viel einfacher. Aber vielleicht sagst du dir jetzt, ich habe auf beides einfach keine Lust und ich nutze mein Auto ja auch gar nicht privat. Und das geht unter Umständen tatsächlich auch. Das heißt, du kannst dich unter Umständen von der Fahrtenbuchmethode und der 1% Methode befreien lassen. Wie das genau geht, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Wichtig in diesem Kontext ist, dass das Finanzamt grundsätzlich immer davon ausgeht, dass du einen Fümmelwagen auch privat benutzt. Das heißt, standardmäßig geht das Finanzamt davon aus, da gibt es eine private Nutzung und das Finanzamt geht standardmäßig auch von der 1% Methode aus. Auch gerade so in Betriebsprüfungen. Also wenn du irgendwann mal geprüft wirst, dann kann das Finanzamt der 10 Jahre in die Vergangenheit gehen. Und da wird das Finanzamt im Zweifel einfach immer sagen, naja, 1% Methode. Warum? Das ist das Einzige, was das Finanzamt vernünftig rechnen kann, weil der Bruttolistenpreis, der ist auch noch im Zweifel 20 Jahre später herauszufinden. Die tatsächlichen Fahrten, die du vor 8 Jahren gemacht hast, die kann das Finanzamt niemals herausfinden. Deswegen macht sich das Finanzamt da einen einfachen Job und sagt, naja, wenn du mich nicht vom Gegenteil überzeugen kannst, gehe ich davon aus, du hast das Auto auch privat benutzt und ich nehme einfach ganz pauschal die 1% Methode. Und das kann finanziell ziemlich teuer werden, wenn das sich über mehrere Jahre geht, du also die private Nutzung für dein Auto über mehrere Jahre nach hinein versteuern musst. Das kann wirklich richtig teuer werden. Und die Beweislast, dass du gar keine private Nutzung hast, die liegt immer bei dir. Das heißt, du musst alle Nachweise, Beweise, Belege, Indizien usw. sammeln. Denn es ist dein Job, das Finanzamt davon zu überzeugen, dass gar keine private Nutzung vorgelegen hat. Doch wie weißt du das Ganze eigentlich nach? Also was sind eigentlich Gründe, die das Finanzamt überzeugt? Und ein erster Aspekt wäre, wenn du z.B. ein Firmengelände hast und das Firmenfahrzeug immer da bleibt. Also das wird dann auch nachts geparkt und idealerweise sind auch die Schlüssel und Zugangsdaten zu diesem Auto nur da auf diesem Firmengelände, also da im Büro abgelegt beispielsweise. Und wenn du nach Hause fährst oder auch privat unterwegs bist, dann nutzt du ein anderes Auto. Also wenn das geregelt ist, dass das Auto quasi diesen betrieblichen Bereich nie verlässt, dann ist das relativ klar, dass das auch ausschließlich ein Firmenwagen ist. Und ein zweiter Aspekt ist, ja relativ logisch eigentlich, wenn sich das Auto gar nicht eignet, privat genutzt zu werden. Keine Ahnung, ein Trecker, Mähdrescher, Planierraupe und all solche Sachen, aber auch so Werkstattwagen, so ein LKW. Das ist relativ klar, dass man damit nicht in den Urlaub fährt oder auch nicht irgendwie sein Kind in die Kita bringt oder den Wocheneinkauf erledigt. Das heißt, wenn die Beschaffenheit des Autos wirklich so ist, dass man es eigentlich nur für die Arbeit nutzen kann, dann muss da auch kein Fahrtenbuch geführt werden. Dann ist halt relativ klar, dass das ein Firmenwagen ist und dann lässt sich das Finanzamt davon auch leicht überzeugen. Und ein ganz wichtiger Indikator und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil dazu gibt es wirklich unglaublich viele Gerichtsurteile schon. Du brauchst ein gleichwertiges privates Auto. Du kannst nicht hingehen und sagen, naja, ich habe einen Firmenwagen, aber privat fahre ich immer Fahrrad. Und das Finanzamt wird es auch nicht glauben, wenn du einen Porsche Cayenne als Firmenwagen hast, privat aber sagst, naja, da fahre ich immer mit meinem 20 Jahre alten Smart. Das glaubt dir das Finanzamt einfach nicht. Du brauchst ein gleichwertiges Auto. Also was zum Beispiel gehen würde, ist, wenn du privat einen Passat fährst und im Betriebsvermögen einen Firmenwagen hast wie ein Audi A4 oder Audi A5. Das heißt, das ist so die gleiche Klasse. Und wenn das gegeben ist, kannst du das Finanzamt schon davon überzeugen, zu sagen, das eine ist ein 100% Betriebsfahrzeug, das nutze ich ausschließlich für meinen Beruf und das zweite Fahrzeug nutze ich ausschließlich privat. Das heißt, wenn du das nachweisen kannst, dann hast du auch eine Möglichkeit, wirklich den Firmenwagen komplett ohne 1% Methode oder Fahrtenbuch zu verwenden. Und außerdem gilt nochmal so ein besonderer Fall für, ich würde mal sagen, Geschäftsmodelle, wo du naturgegeben ganz viele Autos im Betriebsvermögen hast, also beispielsweise ein Autohaus. Es würde dich nicht überraschen, wenn ich sage, ein Autohaus hat ganz viele Autos im Betriebsvermögen. Du musst jetzt natürlich nicht als Autohausbetreiber für jedes einzelne Auto die 1% Methode anwenden. Das wäre ja vollkommener Quatsch. Für die Vorführwagen musst du das Grundsätzliche nicht machen. Und auch wenn du einen Mietwagenverleih bist beispielsweise, dann musst du nicht für jeden Mietwagen jetzt ein Fahrtenbuch führen oder eine 1% Methode anwenden. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Aber es gibt auch noch Geschäftsmodelle, die ein bisschen anders sind. Wenn du z.B. im Vertrieb tätig bist, im Außendienst und du hast dann zwei Firmenwagen, einfach damit du einen Backup hast oder weil du auch Mitarbeiter hast und der Mitarbeiter braucht ja auch ein Auto. Das heißt, wenn du da mehrere Firmenwagen in einem Betriebsvermögen hast, dann musst du halt für mindestens ein Auto zumindest den privaten Nutzungsanteil ausrechnen. Oder du kannst halt beweisen, dass du privat auch ein gleichwertiges Auto hast. Also wenn du privat ein gleichwertiges Auto hast, kann das auch dazu führen, dass du bei beiden Autos jetzt kein Fahrtenbuch oder eine 1% Methode anwenden musst. Aber wenn du auch privat gar kein Auto hast, kannst du z.B. für einen Firmenwagen die 1% Methode anwenden und dann dem Finanzamt auch logisch erläutern, dass du dieses Auto halt auch privat benutzt, das andere aber nicht, weil du hast ja dann einen Gefährt und da versteuerst du den privaten Nutzungsanteil. Du musst das nicht zwingend für beide Autos in dem Fall machen, sondern bei dem einen. Und das ist am Ende auch das, was das Finanzamt überprüft. Hast du privat irgendein gleichwertiges Auto zur Verfügung und wenn das gegeben ist, dann ist das vollkommen fein und dann kannst du das Finanzamt davon auch überzeugen, für das andere Auto nichts dergleichen anzuwenden. Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Beweislast bei dir liegt. Also du solltest das Ganze wirklich sauber dokumentieren. In dem ganzen Bereich Firmenwagen gab und gibt es so unglaublich viele Gerichtsurteile. Das liegt daran, weil das Finanzamt sich das immer als erstes anschaut. Da sind die meisten Steuerpflichtigen, die meisten Selbstständigen besonders kreativ. Deswegen mein dringender Appell an dich, versuch da nicht das Recht zu biegen irgendwie. Mach das Ganze korrekt. Das Finanzamt guckt sich sowieso gleich als erstes immer die Firmenwagenversteuerung an. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar und ich versuche dir gerne weiter zu helfen. Wenn du selbstständig bist und sagst, ich hätte eigentlich super gerne mal Hilfe bei meiner Buchhaltung und bei meinen Steuererklärungen und auch bei der Kfz-Versteuerung, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Aber du kannst natürlich auch erst einmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, z.B. dieses hier oder dieses hier.